Wie schön. So, mal aufladen. Oh, nicht. Es sah in Deutschland. Oh, äh. So. Ich will den Ringen haben. Ach, da ist der. Ist vielleicht irgendwo ein Ring. Ich will den scheiß Ring finden, Mann. Kann ja wohl nicht so schwer sein, oder? Ich will den Ringen aufgewacht, als jemand an die Haustür geklopft hat. Ich habe durchs Fenster geschaut und gesehen, wie ein paar schwarzgekleidete Männer mit den Nachbarn gelitten. Die Frau weinte mit ihrem Neugeborenen noch im Arm. Oder bin ich wieder ins Bett. Und ich konnte wegen des Lernens nebenan eine Weile nicht einschweifen. Im nächsten Morgen waren sie weg. Die ganze Familie. Einfach so. Was hat nur sie getan? Keine Ahnung. Ich wüsste nicht was. Wir dürfen nicht auffallen. Nur eine verdorbene Frucht und der ganze Kopf ist sie gegenüber. Ich habe alles gehört, Freunde. Verlasst euch drauf. Okay, ich denke mal, da geht's wieder nah. Da geht's auch nach oben. Hier ist nicht zufällig ein Ring. Warum denn auch? Hier ist auch kein Ring, oder? Nee. Schade, wo ist der Ring? Ich will den... Hallo? Ich will ihr den Ring unbedingt geben, Mann. Ich will den Ring unbedingt geben. So, ab nach oben hier. Nice. Ich will den Ring, oder? Ich will den Ring auch mal rauchen. Jetzt ist auch im Land ein captain, der Bomben ist gut. Vor einer Woche war alles noch gut. Warum tut niemand das gegen diese Terroristen? Ich weiß nicht, dass sie die guten Kräfte waren, um diese Kerle auszulöschen. Sie verschrecken sich bestimmt irgendwo in den Daten, vielleicht in den Alten. Wird ja so manches auch erfasst. Ja, vielleicht. Wann denn? Ich weiß nicht, ich kann mich irgendwie nicht trauen. Sind es jetzt welche von uns? Hier andere welche. Komm ich überhaupt hoch? Hier rein? Ne, wieso auch? Na, jetzt lasse ich mich hier wieder weiter nach oben. Witz, okay. Hm. Okay. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, was das bringt. Oh, nein. Jawoll! Das war jetzt nicht unbedingt so schwer Ich bin Schneide-Profi Und jetzt? Gut Dann haben wir das auch Ja Ja Ähm, hat hier jemand die Kuh? Ja 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 Oh, was haben wir denn hier? Ja Karl und Carla Da, hören wir doch mal direkt rein, würde ich sagen Ja 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 Äh Ja 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 Na, kleiner Liebling, du spätest hinter, die Pacht, glaub ich, nur bleib bei mir, wenn ich bin, mein kleiner Liebling. Tapfer, kleiner Liebling, ich bin dein, du bist mein Liebling, so lieb ich und kühl wieder rein, schenk mir ein Glas Ei von deinem süßen Wein. Mein kleiner Liebling, mir fehlt die Blume in deinem Haar, die Schätze, die mir passen bei seinem Haar, es gibt mir Kraft zu wissen, du bist da. Bist du zurückkehrt, ich kehr zurück zu meinem Tag von deinem Liebling, bis damit träum ich schön, träume so süß wie freilische Träume, standhaft wie die Alpen in den Bayern überstehen. Ich muss, was er fühlt, nein, ich bin dein, du bist mein Liebling, ich bin dein, du bist mein Liebling. Tapfer, kleiner Liebling, du spätest hinter, die Pacht, glaub ich, nur bleib bei mir, wenn ich bin. Mein kleiner Liebling, mein kleiner Liebling, ich bin dein, du bist mein Liebling, so lieb ich und kühl wieder rein, schenk mir ein Glas Ei von deinem süßen Wein. Ja gut, das hatten wir jetzt schon, aber ich weiß gar nicht, ob sich jetzt wieder geholt hat oder nicht. Ich glaube, ob das noch zum Lied gehört hat, aber wieder ein wunderschönes, wunderschönes Lied hier aus dem Hause von... ...fand ich ganz nett und schön, fand ich schön. Ich finde allgemein die Lieder da sind extrem cool. Oh, weg mit dem Ding. Oh. Ja, Kuchen. Kuchen! Ich wollte doch nur Kuchen haben. Quatsch! Oh, oder so. Dann gehen wir halt ohne die Knarre. So, mal wechseln. Eins. Kann ich das... Oh. Wow. Au. So. Wir müssen noch einen Ring finden. Aha. Ich weiß leider nur nicht, wo. Das ist so das Problem bei dieser Sache. Wo bin ich denn hier? Ja, da sagst du was. Ah, ne. Findet den Ring. Ich... Ja, ne. Ich muss einen Ring finden. Ring. 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 Ding, 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 ding. Okay, ich gucke jetzt starr auf den Boden. Suche nach einem Ring. Könnte der sein? Der Ring. Ring, 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 ich suche einen Ring, wo könnte der bloß sein, liegen Zigaretten, Batterien, Rucksack, Kokain Ring, Ding, Ring, Ding, Ding, naja, noch was zu Plausch an hier, ich suche einen Ring, ich bin unauffällig, das glaubst du so, ne, Ring, 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 das wäre so prädestiniert hierfür so, oh, zum Geier ist der Ring, Teufel noch eins, er steht immer noch hier, aber Private Wyatt ist weg, der ist ja super, der ist ja super, ist der blöde Ring, willst du mich verarschen, komm ich hoch, okay, weg, schnapp als wir sind in der Scheiß Ring, ey. Musst du mich verarschen? Und da Dingin? Was ist da Dingin? Wo ist es? Gebet her, gebet her. Sag mal. Puh, es ist ja spannend. Ringdingelingeling.